Hallo Kinder. Hi, wir heißen... Ich heiß Jason. Ich heiß Davy. Die Kinder spielen jetzt Mycroft. Extra für Youtube. Setz dich euch hin. David, wie alt bist du? Fünf. Fünf. Und du? Sechs. Okay. Geh mal bitte zu dem David, damit ich euch beide in Kamera sehen kann. Sie können doch so nicht sehen, wenn ich da... Wenn ich da stehe. Okay. Jetzt muss mir das verbrennen. Mit Lava. Mit Lava. Oh, das geht nicht im Regen. Mit Lava geht das. Oh ja. Wir müssen das mit Lava machen. Sonst geht das ja nicht. Mit Lava geht das extra draußen besser. Lava stärker als Feuer. Ich heiße nochmal Jason. Ich bin sechs Jahre alt. So, jetzt lassen wir das verbrennen. Und Bomben müssen wir doch machen noch. Äh, äh. Doch, Bomben müssen wir da oben machen. Und die Schienen müssen wir mit Bomben machen. Nein, mit Lava. Oh Mann. Mach mal auch mal Bomben. Nicht nur Lava. Doch. Mach mal auch... Er macht nicht. Mama. Ja, später kannst du zeigen, wie du spielst. Jetzt gleich. Das machen wir alles im Internet. Ja, gleich. Wann er fertig ist. Ja, er und dann bist du da. Beide. Einmal ich einmal. Ja, richtig. Und dann stellen wir das alles im Internet rein. Jetzt brennt das Haus. Das ist schön. Oh, ihr habt viel Lava gebaut, ne? Das ist jetzt mein Hausgaben. Ja, ihr wollt doch ein Dorf bauen mit ganz vielen Häusern und dann alles verbrennen. Habt ihr gesagt. Ich sehe aber keine Häuser, Kinder. Er war doch im Haus. Ja, vorher habt ihr doch schönes Dorf gebaut und jetzt sehe ich gar nichts. Ich mach jetzt mal Licht. Du solltest für YouTube ganz schön bauen, hab ich gesagt, für YouTube. Haben wir doch. Was war da? Nein. Ey, du musst noch die Zampis killen. Nein. Mach mal ein paar Menschen. Ja, okay. Du brauchst Menschen, hast du gesagt. Ja. Warum nicht? Wir brauchen ganz viele Menschen. Ja, mach mal ein paar Menschen. Ich sehe gar nichts. Wir brauchen Lava Menschen. Ja, mach mal Wolfen. Ja, mach mal Wolfen. Wolfen auch? Ja, oder Menschen. Alles. Aber ein bisschen weiter. Hier ist Lava. Wann geht der Regen zu Ende? Weil mit Regen ist schlecht. Regen ist gut dafür. Ja. Ja, nur Regen. Ich sehe gar nichts. Ganz viel Lava und Regen. Und Menschen? Jetzt. Geh mal hier weg bitte, sonst sieht man dich. Du bist im Spiegel. Geh mal zur Seite, Jason. Du darfst nicht hierher kommen. Das wäre ein Spiegel. Du darfst nicht mehr weg. 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 Dann. Das ist ja auch los. Dann. Oh, endlich. Regen ist vorbei. Nein, Regen ist nicht vorbei. Lava! Mensch, komm da raus! Der wird sterben. Natürlich. Ja. Natürlich. Die wird sterben. Er geht da raus. Papa, bin ich jetzt dran? Ja, gleich. Müssen Pause machen, meine Hände tun schon weh. Okay, Kinder, wir machen jetzt Pause, ja? Du sagst dir, Jason, geh mal dahin. Jason, du bist im Internet, geh mal dahin. Möchtest du, dass du im Internet so aussiehst? Ich bin selber schuld. Warte, sag mal Tschüss in die Kamera rein. Dann bist du dran, sag mal Tschüss. Danke.